Ich bin ein sehr offener Mensch und immer lustig. Ich mache sehr viel Unsinn und quatsche mit meinen Freunden. Also ich interessiere mich für Mode eigentlich schon, seitdem ich eigentlich klein bin immer. So fand ich das toll, so besondere Kleider zu tragen oder so. Also Feli ist auf jeden Fall immer hilfsbereit und ein offener Mensch. Ja, sie macht halt alles mit und wenn man immer ihre Hilfe braucht, ist sie sofort für einen da. Und ja, sie ist toll. Also ich habe viele Freunde, die halt skaten und so bin ich dann dazu gekommen. Ja, Mädchensport ist es eigentlich überhaupt nicht und ich bin auch eigentlich gar nicht der Typ dafür. Also mein Berufsgrund, also es ist auf jeden Fall, dass ich später gerne mal Schauspiel studieren möchte und auch was mit Musik machen will. Und ich mache das Ganze schon, ich glaube vier Jahre oder so, also Tanzen, Gesang, Schauspiel, dieses Ganze. Also wenn ich dann in der WG bin, könnte ich mir schon vorstellen, den anderen auch mal was zu zeigen, also auch mit Gesang und Tanz. Und vielleicht könnten wir dann auch mal so eine Choreo einstudieren oder irgendwas. Naja, also bei mir herrscht immer viel Chaos und ich bin eigentlich relativ unordentlich. Zumindest in meinem Zimmer, da liegen immer alle Klamotten rum. Der ganze Schrank ist eigentlich relativ unordentlich. Aber ich denke sonst, außerhalb meines Zimmers, würde ich eigentlich relativ ordentlich sein. Die werden sich freuen, wenn sie dich sehen mit deinem Koffer. Halleluja! Ja, sich auf einen Koffer zu beschränken für die WG ist auf jeden Fall schwer für mich, weil ich Klamotten übertrieben liebe. Und das hier, meine Schlafmaske, die darf auf gar keinen Fall fehlen, weil ohne die kriege ich meinen Schönheitsschlaf nicht. Ich werde sie auch sehr vermissen, weil sie wirklich sehr viel Action bringt im Haus. Es wird sehr ruhig werden. Es ist komisch. Tschüss. Tschüss, keine. Pass auf dich auf. Ja, also ich bin schon ein bisschen aufgeregt, aber ich freue mich auf jeden Fall auch mal auf vier Wochen von meiner Familie weg zu sein. Und ich freue mich auf jeden Fall. Tschüss. 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 Willkommen, Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020